Jo Freunde, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Heute Freunde, wie angekündigt, gibt es die Who's Jaycov bzw. Jaycov Shorts. Meiner Meinung nach ein sehr starkes Peace, gerade für den Sommer. Das ist einfach ein Struggler mit kurzen Hosen, so im Endeffekt treten wir dann 90% eh lange Hosen. Ja, es ist einfach nur ein Krampf, deswegen bin ich sehr froh, so eine Shorts zu haben, die mir optisch bis jetzt sehr gut gefällt. Wir werden uns natürlich dann die Qualität und so weiter mal angucken. Das, was ich erfahren habe, sollte ganz gut sein. Wir werden uns selber überzeugen bis zu dem Video heute. Und wie immer könnt ihr mir natürlich Supporter lassen hier auf dem Kanal mit einem kostenlosen Abo, mit einem Like. Würde mich sehr freuen. Und dann fangen wir jetzt auch mit dem Video an. So, und ihr habt ja schon das Video gesehen zu der Jaycov Jacke. Da habe ich ja so ein bisschen was zu Jaycov gesagt und so weiter. Deswegen ziehe ich euch das sehr gerne herein, falls ihr dann noch so ein paar Informationen haben wollt. Bei der Jacke habe ich jetzt Zoll gezahlt, 56 Euro. Hat sehr weh getan, wenn ich ehrlich bei der Hose bzw. bei der Shorts habe ich jetzt kein Zoll bezahlt. Ja, keine Ahnung. Ist wirklich Glückssache eigentlich bei Zoll. Und die hat mich jetzt, weiß ich nicht lügen, 120, 130 Euro gekostet. Auf jeden Fall eine Menge für eine Shorts, bin ich ehrlich. Ja, ist auf jeden Fall viel Geld so. Aber für eine nice Shorts finde ich meiner Meinung nach das Geld gerechtfertigt. Die werde ich dann halt real talken, 90% rocken. Genau, die hat jetzt, wie lange hat die gedauert? 20 Tage zum Shippen. Nach Deutschland eigentlich eine stabile Zeit so. Die ganze Hose kommt in so einem Paket an. Auf der Rückseite stehen ein paar Informationen. Deswegen zeige ich euch das jetzt nicht. Für 130 Euro finde ich immer noch, dass man beim Packaging was besseres erwarten könnte. Aber gut, zählt eigentlich die Hose. Wir gucken uns das mal an. Noch mal eine Notiz dazu. Bei der Jacke habe ich jetzt mal in den Taxi geguckt. Die wurde in China hergestellt. Trotzdem ist die Qualität geisteskrank. Also wirklich on point 10 von 10. Bei der Hose bin ich auch gespannt, ob die in China produziert wurde und wie dann die Qualität sein wird. Ich mache das Paket kurz auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Also Freunde, Paket ist jetzt offen. Konnte man mit so einem Zipper wegmachen. Und dann kommt uns auch hier das Produkt entgegen. Ich packe das mal beiseite. Und wir haben hier die Shorts. In der üblichen Jaycov-Verpackung. Ne, ist es gar nicht. Bei der Jacke hatten wir hier in der Mitte so ein V. Was wir jetzt hier haben, ist das V hier unten links. Mit dem Sightech noch eine M. Noch mal zu mir. Ich bin 1,77. Habt eine M genommen, falls ihr euch die auf Grade oder so kaufen wollt. Unten rechts haben wir dann noch ein paar Informationen. Lest euch das selber mal am besten durch. Ich weiß gar nicht. Irgendwie so in der Blindenschrift oder so. Kein Plan. Könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was das ist. Und dann würde ich sagen, holen wir mal die Hose raus. Ich bin sehr gespannt und hoffe, dass sie mir passt. Dass der Fit Nice ist. Und die Qualität wäre dann noch so die Kirsche auf der Torte. Ich bin sehr gespannt. Der Geruchstest wie immer. Riecht neutral. Wie bei der Jacke. Sehr, sehr nice. So Freunde, hier ist die Hose. Genau, ich zeig dir euch mal am besten, dass ihr so einen groben Überblick mal bekommt. Hier ist das Papier drin. Das brauchen wir natürlich nicht. So sieht die Hose aus. Es ist eine Cargo-Pants. So eine Cargo-Shorts. Für den Sommer. Finde ich sehr nice. Gerade weil man hier auch viele Taschen hat, um da Stuff reinzutun. Ich mach mal kurz die Knöpfe zu. Die Knöpfe sind zu. So sieht die Shorts von vorne aus. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir haben extrem viele Taschen. Ich glaube, das sind insgesamt 40 Stück oder so. No joke. Wir haben vorne eben hier so eine große Tasche. Dann haben wir hier zwei kleinere. Eher so für den Look. Also ich glaube nicht, dass man da irgendwas rein tun kann so mäßig. Hier an der Seite haben wir dann nochmal so einen Zipper. Hier ist nochmal eine Tasche. Auf der linken Seite ist dann auch nochmal die gleiche Tasche wie rechts. Und nochmal so einen Zipper. Hinten bzw. hier auf der Seite ist auch nochmal eine Pocket. Und auf der Rückseite von der Shorts haben wir dann hier jeweils rechts und links auch nochmal so einen Zipper. Und natürlich für eine Shorts so üblich hat man dann oben so einen elastischen Bund. Deswegen, falls ihr zwischen zwei Sizes seid, würde ich sogar vielleicht eine Sizes runtergehen. Gerade weil es eh ein bisschen elastischer ist. Und genau zum Stoff muss ich sagen, das ist halt so ein Nylon. Nylon würde ich es nicht nennen. Ich kann gleich nochmal gucken, was das genau für ein Stoff ist. Es ist so ein Tech-Stoff. Also fühlt sich sehr vielleicht auch wasserabweisend an. Sehr resistent. Und genau von innen hat man euch schon gefühlt so ein Mesh-Stoff. Ich zeig euch das Ganze mal. Also so ein Stoff ist es von innen. Hier so ein Mesh-Stoff auch sehr angenehm. So für den ersten Eindruck muss ich sagen, Qualität echt sehr stark. Man hat hier ein paar Fäden, die abstehen. Ich würde die Qualität auf jeden Fall schlechter einstufen, wie bei der Jacke. Vom Stoff her ist es auf jeden Fall sehr stark. So habe ich es mir vorgestellt. Aber es stehen halt ein paar Fäden ab. Ist jetzt nicht sonderlich schlimm. Die Qualität ist sehr stark. Aber im Vergleich zu der Jacke etwas schwächer. Genau hier drin steht es nochmal. Made in China. 60% Nylon und 40% Cotton. Ja, das wird dann wohl so eine Nylon-Cotton-Mischung sein. Ja, ansonsten was lässt sich noch zu Shorts sagen. Was mir aufgefallen ist, man hat gerade zum Beispiel die Knöpfe. Hier, so sehen die aus. Da hat man ziemlich viele Elemente von der Jacke. Also die Knöpfe sind 1 zu 1 so bei der Jacke. Die Zipper sind auch 1 zu 1 so bei der Jacke. Also ich zeige es euch mal. Hier zum Beispiel bei der Backpocket. Die Zipper sind auch 1 zu 1 gleich bei der Jacke. Und ja, man hat halt hier noch so Fäden, um die enger zu stellen. Ja, ich bin sehr überzeugt von der Hose. Und ich würde einfach sagen, wir probieren die mal an. Ich bin echt gespannt auf den Fit. Ich will, dass sie nicht zu lang fettet, aber auch nicht zu kurz. Einfach so, dass sie gerade über die Knie geht. Das wäre sehr nice. Und von der Waist, glaube ich, sollte das passen. Man kann die ja eh im Notfall auch enger stellen. Man hat natürlich hier noch dieses Metal-Hang-Tag, was ich extrem nice finde. Ähm, habe ich auch schon bei der Jacke gezeigt. Kann man sich irgendwie einen Schlüssel bauen oder so. Ähm, auch sehr nices Detail-Slash-Accessoire. Ähm, ja, mit den Taschen würde man auf jeden Fall keine Platzprobleme haben. Ähm, das ist auf jeden Fall safe so. Man hat hier unglaublich viele Möglichkeiten, wo man so etwas reintun kann. Ah, und vorne sehe ich gerade noch, man hat hier sogar einen Hosenstall. Also, ihr seht es ja hier. Ähm, ja, für was man den jetzt braucht, so bei einer Shorts einen Hosenstall. Ähm, das wüsste ich jetzt nicht. Aber, ähm, ja, ist ganz nice zu haben. So, Freunde, jetzt zum Fit von der Shorts. Ähm, ich habe, ja, ein Odd-Blackout-Fit genommen. Ähm, für den Sommer jetzt vielleicht nicht so nice. Ähm, trotzdem, zum Fit kann ich jetzt schon sagen, ähm, die Hose fittet sehr nice, wie ich es gesagt habe. Und, ähm, ja, über den, ähm, über den Knien so ein bisschen. Und hat halt wirklich diesen Military High King Cargo-Vibe, gerade mit Saramon oder so, finde ich, kommt sehr nice. Ähm, die Taschen machen halt auch was her, finde ich, sowas sieht extrem nice aus. Also, ist vielleicht ein bisschen ungewohnt, weil die Taschen halt auch etwas wiegen so. Aber, ähm, ja, sehr nice. Äh, ich bin überzeugt von dem Fit und so weiter. Und, ähm, ja, das zum Fit-Video. Für einige Leute vielleicht sogar ein bisschen zu lang. Ähm, im Notfall könnte ich die auch hochziehen, so ein bisschen. Und dann wird die halt so finden. Ähm, ja, dann wäre die halt irgendwo hier oder so. Also, wäre jetzt nicht so nice. Ich will jetzt aber auch nicht großartig viel über den Shorts labern. Wir sehen uns gleich wieder in gewohntem Bewegung. So, wenn ihr habt den Fit gesehen, äh, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Produkt haltet. Ähm, gerade in den Shorts. Das ist natürlich sehr nice, wenn wir da eine gute Art für den Sommer. Ähm, ist natürlich ein bisschen teurer, das Ganze. Ähm, muss man selber wissen, ob man das Geld ausgeben möchte oder halt nicht. Äh, für mich war es jetzt ein guter Kauf, bin ich ehrlich. Und, ja, das zu dem, äh, Peace. Sehr gerne eure Meinung in den Kommentaren da lassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, ähm, Dienstag oder Samstag. Das werdet ihr noch sehen. Je nachdem wann das Video hier rauskommt. Um 13 oder 14 Uhr. Und dann würde ich sagen, bleibt gesund. Haut rein, Freunde. Peace.